Appenzell liegt in einem idyllischen Talkessel auf 780 Meter über Meeresspiegel. Appenzell ist ein beliebter Wohn- und Arbeitsort, aber auch ein Tourismusort. Die liebliche Natur des Appenzeller Landes und der Erfindungsreichtum seiner Bewohner hat eine Menge natur- und traditionsbewusste Produkte zum Vorschein gebracht. Appenzell zeichnet sich durch eine außerordentlich hohe und einmalige Lebensqualität aus. Dies bei einem tiefen Steuerfuß für die Bürger, aber auch für die Unternehmer. Das Dorf Appenzell zählt ca. 5700 Einwohner und ist ein Verwaltungs- und Dienstleistungszentrum, gleichzeitig aber auch ein Finanzzentrum. Der politische Höhepunkt ist die Landesgemeinde am letzten Aprilsonntag. Appenzell ist der Ort, an dem die direkte Demokratie noch zu Hause ist. Der kirchliche Höhepunkt des Jahres ist die Frohnleichnamsprozession. Appenzell bietet mit seiner Vielfalt von ausgezeichneten handwerklichen Produkten auch zahlreiche Einkaufsmöglichkeiten. Die Firma Breitenmose Fleischspezialitäten AG produziert Appenzeller Mostbröckli, die Appenzeller Siedwurst, das markengeschützte Appenzeller Alpsteinbröckli und weitere Fleischspezialitäten. Mit ihren qualitativ hochstehenden, innovativen Spezialitäten wie dem Appenzeller Bier, dem Vollmondbier und dem Quöllfrisch hat die Brauerei Locher im In- und Ausland viele neue Biergenießer gefunden. Appenzell Innerhoden verfügt über ein äußerst starkes Gewerbe. Über 50 Prozent sämtlicher Arbeitsstellen werden von Gewerbe- und Dienstleistungsbetrieben zur Verfügung gestellt. Appenzell ist ein wunderbarer Ausgangspunkt für Wanderungen in einer faszinierenden Hügellandschaft oder im Gebirge vom Alpstein. Weile haben ist in Appenzell zu Hause. Das zeigt sich schon, wenn man in Appenzell hineinfährt. Man hat weder Autobahn noch SBB, dafür aber die Appenzeller Schmalspurbahn. Kulturell hat Appenzell viel zu bieten. Gerade das Museum Appenzell mit seiner großen Menge an Sonderschauen ist ein Besuch wert. Das Schulwesen in Appenzell ist breit gefächert. Vom Kindergarten bis zur Matura kann man alle Schulstufen in Appenzell durchlaufen. Das Gymnasium St. Antonius hat mittlerweile in der Innerhodener Bildungslandschaft eine langjährige Tradition. Das gemeinsame Ziel der Schüler sowie der Lehrerschaft ist nicht nur die akademische Bildung, sondern auch die Persönlichkeitsbildung. Die Sportanlagen in Appenzell sind sehr gut ausgebaut und bieten die besten Voraussetzungen für Mannschaftssportarten. Mit der Appenzeller Badi verfügt Appenzell über ein attraktives Familienbad, welchen einen hohen Zuspruch von außen erfährt. In Gonten, in der Nähe von Appenzell, gibt es außerdem eine Golfanlage. Mit dem Spital, dem Altersheim und dem Pflegeheim hat Appenzell auch den älteren Einwohnern einiges zu bieten. Sei es als Tourist oder als Neuzuzüger, in Appenzell lebt es sich wie in einem kleinen Paradies. Applaus 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 Untertitelung des ZDF, 2020